hey hallo allerseits ich bin fando ich spiele gems of war und ich bin euch noch ein team video schuldig und zwar ein team mit der mutter der finsternis ja und das will ich euch gleich mal zeigen das team mit der mutter der finsternis hier ist es kleine sache noch vorweg heute ist donnerstag morgen freitag kommt eine neue mythische figur das heißt eine woche lang gibt es in allen truhen bis auf die event ruhen natürlich nur diese eine neue mythische einheit also das solltet ihr wissen und die zweite sache ich streame ja normalerweise jetzt immer sonntag abend an diesem sonntag geht das leider nicht da hat man mir arbeit reingeknallt das heißt ich muss sonntag abend arbeiten vielleicht ziehe ich den stream vor auf samstag ist aber noch nicht klar nur dass ihr das wisst sonntag kein stream okay die finstere mutter so habe ich das team genannt besteht aus der essenz des bösen die bekommt ihr wenn ihr in der klasse seuchenmeister 250 siege schafft das will ich euch kurz zeigen hier 250 siege mit dieser klasse und ihr bekommt die essenz des bösen diese waffe ist also relativ leicht zu bekommen die mutter der finsternis darum ging es ja das ist also das team um die mutter der finsternis herum das ist die legendäre quatsch die mythische einheit die es jetzt neu im februar gab dann habe ich da den arachnarschen weber drin auch eine mythische einheit den bekommt man entweder in der seelenschmiede wenn er denn da mal drin ist oder wenn mit mit event einschlüsseln wenn es sulcari woche ist dann ist er in den event ruhen mit drin und am schluss ist dann noch der lebrach schon mit im team jetzt gibt es da zwei möglichkeiten was ihr wollt entweder ihr wollt schnell die waffe vollkriegen oder ihr wollt schnell diese beiden hier vollkriegen vor allen dingen den weber man spielt das am besten mit der klasse kugelweber aber je nachdem was ihr wollt müsst ihr hier einstellen bei talent level 20 entweder von beginn an einen dunkelsturm oder von beginn an einen blättersturm der blättersturm sorgt dafür dass die waffe schneller voll wird der dunkelsturm sorgt dafür dass der arachnarsche weber so dass der schneller voll wird je nachdem was ihr wollt ich habe das jetzt mal auf den arachnarschen weber eingestellt zeige aber auch gerne noch mal die andere variante das banner ist dafür dann zweimal lila einmal grün minus rot leider geht ja nicht anders irgendeine farbe muss ja minus sein okay wie man das spielt zeige ich euch gleich mal im kampf ich gehe dazu jetzt in einen pvp kampf ein ausnahmsweise weil ich ja normalerweise meine teams immer nur im level 12 erkunden weil es in der regel auch schwieriger ist aber dieses team finde ich hat mehr klasse wenn man pvp spielt da ist es ganz stark beim level 12 erkunden dauert es ein bisschen länger und ich glaube es ist einfach stärker im pvp deswegen will ich das zeigen erstmal mit einem eher leichteren pvp team oder gegner wollen wir mal gucken ob das tatsächlich etwas leichter ist also was ihr als erstes macht ist ihr guckt gibt es irgendwo fünfer oder vierer natürlich hier sehe ich grad grün hier sehe ich braun also nehme ich erstmal das grün dann nehme ich jetzt das braun und jetzt ist die waffe schon voll jetzt kann ich euch die eine variante zeigen wenn ich mit der waffe spiele und die als erstes auslose und zwar die waffe wird jetzt spreche ich jetzt auf die letzte figur und die letzte figur hat jetzt alle negativen eigenschaften und eine der wichtigsten eigenschaften in dem fall jetzt ist feenfeuer feenfeuer bedeutet dass der feind anderthalbfachen magie schaden bekommt magie schaden ist ja immer wenn eine figur direkt mit magie schaden macht und nicht halt über schädel so wenn ich jetzt mal gucke die mutter der finsternis fügt ja ein feind und dem unter ihm 38 waren schaden zu und dazu kommt noch fünf weil ich fünf lila eine edelsteine habe und das ist eben verstärkt durch lila eine edelsteine also 43 schaden 43 schaden würde nicht reichen dass eine der beiden figuren stirbt aber da ja feenfeuer jetzt hier drauf ist kommt ja nochmal die hälfte des schadens dazu also von 43 kommt dann nochmal 21 dazu das heißt 64 schaden das heißt wenn ich jetzt mit der mutter der finsternis angreife macht sie 64 schaden und das heißt beide sterben und immer wenn ein feind stirbt erschafft sie zwölf lila eine edelsteine momentan sind so gut wie keine lila einen edelsteine drauf deswegen ist das nicht so günstig ich mach mal vielleicht ja deswegen ist das nicht ganz so günstig normal wenn mehrere lila eine edelsteine sind sagen wir zehn zwölf dann ist die chance dass dann nochmal zwölf passieren und damit ein vierer erreicht wird sehr groß ich mache das trotzdem mal damit ihr seht dass sie überhaupt diese menge schaden macht ihr habt ihr gesehen wer hatte kein feenfeuer er hatte unten feenfeuer heißt also das hat geklappt das war anderthalbfache schaden und die erste figur ist weg und ich habe ganz viel lilanes mana bekommen so dass ich sogar wieder dran bin hat also für ein vierer gereicht und jetzt passiert so etwas ähnliches gleich nochmal der arachnage weber macht ja auch waren schaden den letzten beiden und auch dann passiert etwas wenn der letzte feind stirbt nämlich 15 edelsteine explodieren und das bedeutet dass fast das gesamte feld explodiert in mana 50 prozent davon umgewandelt wird und ich wieder sehr sehr viel mana kreiere und das zeige ich gleich mal diese figur stirbt nämlich 46 und wie macht wie viel 48 und diese figur stirbt gleich auch mal und das heißt das ganze feld explodiert oder fast und ich habe wieder eine menge mana gemacht und bin ja schon fast wieder mit den beiden voll ja und jetzt na klar habe ich das schon längst gewonnen werde ich jetzt nur noch einmal diese beiden hier voll kriegen müssen das habe ich jetzt geschafft und das war's so funktioniert das also wenn ich mit der waffe zuerst agiere dafür passt ein bisschen besser der grüne sturm am anfang ja jetzt schauen wir uns mal ein anderes team an nehmen wir mal ein reines zwergen team wollen was probieren der will braun haben ja wir probieren das mal warum nicht ein gnome drin ist ja immer nicht ein ruhm genommen juwelengnome juwelen rum war anders okay dann also ein vierer oder ein fünfer gibt es den nehmen wir natürlich und jetzt gucke ich dann immer als zweites wenn es kein vierer hier gibt es noch ein vierer wenn es kein vierer oder fünfer mehr gibt wie ist das grün verteilt das grün ist einigermaßen gut verteilt das heißt ganz schön viel von dem board wird explodieren das heißt ich bekomme viel mana mache ich gerne und dann seht ihr ist schon die mutter der finsternis und sogar auch noch der arach nasche weber voll so die waffe aber noch nicht was mache ich jetzt die wie spiele ich jetzt jetzt brauche ich ja nicht die waffe auf den letzten machen ich mache jetzt halt keinen anderthalbfachen schaden mehr aber ich mache noch eine sache immer bei dem weber positiv zusätzlich nämlich ich webe alle feinde ein das heißt wenn sie dann schaden machen magie schaden dann ist er quasi ganz ganz wenig bis hin zu null das werde ich mal machen außerdem klar habe ich jetzt glück dass die letzte figur sowieso weg geht und das feld wieder explodiert ja und die mutter der finsternis die schafft es jetzt dass durch den wahren schaden auch diese figur getötet wird damit erzeuge ich ganz viel lilanes mana ich sollte sie nicht auf diese figur sprechen warum weil sie einem feind und dem unter ihm 36 waren zu fügt waren schaden zu fügt und das bedeutet dem und unter ihm da gibt es kein ist verschwendet also gehe ich natürlich hier auf diese figur so dass die beiden schaden kriegen ja ich habe ganz viel lila gesammelt bin gleich wieder dran gewesen weil es ein vierer gab ja und so geht das zwischen den beiden wenn ich glück habe und das gut läuft immer hin und her und jetzt tötet er diese figur dann räumt er das ganze feld wieder ab und ich habe wieder ganz viel mana gesammelt jetzt kann ich die waffe einsetzen so dass auch die letzte figur oder in dem fall die letzte waffe auch völlig unwichtig geworden ist und natürlich kann ich letzten längst beenden ja recht stark denke ich im pvp ja liebe leute ich hoffe ihr habt spaß an dem team äh es ist nicht schwer zu spielen denke ich ähm ja genießt eure pvp kämpfe damit wir sehen uns in einem anderen video wieder denkt dran dass ich am sonntag nicht streamen kann so wie es momentan aussieht und ja hinterlasst natürlich ein like abonniert den kanal und unterstützt mich zum beispiel durch weiterempfehlen da würde ich mich sehr drüber freuen und ja ansonsten sehen wir uns in einem weiteren video bis demnächst euer fando ciao ciao ja 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 ja